Der Zweck der Stiftung Pegasus ist die Eingliederung und Wiedereingliederung von Menschen mit einer psychischen Behinderung. Zur Erreichung dieses Zwecks werden an den Standorten Aarau, Wohlen und Baden geschützte Arbeitsplätze in verschiedenen Tätigkeitsfeldern angeboten. Zusätzlich zum geschützten Arbeitsbereich werden berufliche Maßnahmen durchgeführt sowie ein offener Freizeittreff in Aarau betrieben. Pegasus Betriebe arbeiten wirtschaftlich und marktorientiert. Aus ihrer Tätigkeit resultieren marktwirtschaftliche Produkte und Dienstleistungen in der vom Kunden geforderten Qualität. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020